Die Zeit ist nicht barmherzig. Wir werden geboren und schon rinnt unser Leben dahin. Wir erschaffen eine neue Welt. Ohne Zeit. Ohne kommt. Draußen gibt es zwei Seiten. Wir sind in einem Krieg. Adam und Sigmundus wollen eine neue Welt erschaffen. Wie ist Adam? Wie ist Adam? Wie ist Adam?